Hallo, ich bin Samir Bildert, ich bin 16 Jahre alt, meine Positionen sind Unverteidiger und Außenverteidiger. Meine bisherigen Vereine waren die Spielvereinigung Waldstadt, der Waldhof Mannheim und Heidelberg-Vierschheim. Mein Vorbild ist Sergio Ramos und FIFA nehme ich immer dort und. Meine persönlichen Ziele sind immer, mich weiterzuentwickeln. Die Ziele mit der Mannschaft ist, nächste Saison wieder oben anzugreifen.